Ha! Ich wusste doch, das kann doch nicht gewesen sein. Hier unten hat sich ein neues Fleckchen aufgetan. Schauen wir uns das doch direkt mal an. Okay, wir sind am Meer. Was ist hier zu sehen? Ähm. W-das- Oh, da oben ist was! Ja, eine geheime Special Stage, die man nur bekommt, wenn man alle Minispiele freigeschaltet hat. Ich wusste nicht, wie man an die letzte Stage rankommt, deshalb musste ich erstmal nachgucken. Und hier ist sie nun, die finale Stage im Weltraum. Was macht ein Hausmädchen mit Glöckchen, die Zähne haben im Weltraum? Wir werden es nie erfahren. Und sie ist böse! Und... Oh mein Gott! Den hab ich doch schon mal irgendwo gesehen. Wer ist das nochmal? Ähm. Will mir grad nicht einfallen. Irgendwas mit Katamari war es, glaub ich. Bin mir nicht sicher. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Was nun? Bist du der letzte Boss? Tchuuu! Okay, was kommt nun? Zehn Spiele noch. Oh mein Gott, was muss ich tun? Huuu! Was? Oh Gott, ich hab... Ich hab ein Zeitlimit! Oh nein! Nein, fünf, fünf. Okay, was nun? Ach so, muss man auch mal einer sagen, dass ich hier... Vams! Okay, acht, 30 Sekunden noch. Okay, 33 Sekunden noch. Es wird spannend. Wer wird siegen? Was muss ich tun? 28 Sekunden noch. Nein! Oh verdammt, ich muss da hoch. Erwischt. Noch 22 Sekunden. Oh. Okay, Konter. Ja, nein. Triple Konter. Vierte Sekunde noch und zwei Spiele sind übrig. 12 Sekunden noch. Das letzte Spiel. Ich denke einfach mal, ich muss drücken. Vier, drei, nein! Nein! Es muss was passieren. Hab ich gewonnen? Hab ich verloren? Nein! Nein! Was ist denn das denn jetzt? Oh mein Gott, was ist denn das für ein grauenhaftes Bild? Das ist doch verstörend. Was ist das denn jetzt? Das ist grauen. Ich glaube, davon werde ich Albträume kriegen. Oh mein Gott. Oh nein. Bin ich jetzt für die Apokalypse verantwortlich? Äh, was für eine grauenhafte Niederlage. Okay, das lasse ich natürlich nicht oft besitzen. Nochmal! Es war schon irgendwo interessant. Okay, das überspringen wir jetzt. Wir kennen das ja schon. Das finale Duell. Das letzte Gefecht. Okay. Fünf. Eins. Sechs. Okay, noch mal 40 Sekunden. Nein! Bisher sieht es ganz gut aus. Okay, noch 40 Sekunden. Ausweichen. Los, sich treffen lassen. Jetzt tue ich die Meteoriten durch. Wie auch immer ich es am besten machen soll. Ah, wischt! 33 Sekunden noch. Nein! Ah, ich hab's vergessen. Konter! Konter! Und Doppelkonter! Ne, dreifach Konter! Nein! Qualifiziert! Und jetzt muss ich richtig schnell rücken. Nein, das geht richtig in die Finger. Ei, 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 ei. 17 Sekunden noch. Und jetzt muss ich Knöpfe rücken in der richtigen Reihenfolge. Auch wenn ich nicht genau verstehe, warum. Das ist die letzte Herausforderung. Was ist das? Was ist das? 30 Sekunden noch. Bitte sag mir, dass das war. Ja. Habe ich es geschafft? Das Telefon klingelt. Ruf da jetzt einer Ahnung zu sagen, du hast gewonnen. Tut, ja? Ah, ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Ja. Ist die Erde gerettet? Waren meine Bemühungen nicht umsonst? Ähm, okay. Puh, scheint ja alles nochmal gut gegangen zu sein. Juhu! Das kleine Hausmädchen ist die Heldin des Tages. Und jetzt scheint nicht mehr, wie ich fühle es passieren. Kommt schon, ihr beiden. Freut euch an und alles ist in Butter. Ach ja, sieht mir ganz nach einem Happy End aus. Oh nein, sie ist weg. Schade. Schade. Danke Mädel, du hast uns toll mit deinem Cosplay unterhalten. So, nun. Ui, das ist ja toll. Zum Absprung gibt es ein feines Spiel dazu. Ach so, verstehe ich ja. Ja, das war nun also Mawaru Maizan Buu Nemegi. Ein wirklich cooler Wario Bear Klon. Also, das hat wirklich Laune gemacht. Auch wenn man nicht genau weiß, äh, was muss ich denn jetzt machen? Weil alles auf Japansch ist. Hammer. Und japanische Quietschmusik. Oh, das mag ich doch. Ich hoffe, das geht jetzt nicht mal allzu lang. Wow. Was ist das? Nein! Wo kommt das denn her? So, das Spiel ist eigentlich zu Ende, aber eigentlich auch wieder nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich da durchgekommen bin. Oh mein Gott. Tja, mein Fazit zum Spiel. Absolut spielenswert. Eines der geilsten Fanspiele, die ich je gesehen habe. Ich hoffe, es wird eines Tages einen Aufholer geben. Das wäre super. Tja, und nochmal richtig bedanken möchte ich dich bei XXMissiFanXX. Ohne dich wäre dieses Let's Play nicht möglich gewesen. Echt vielen, 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 vielen Dank. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. So wie ich Spaß beim Spielen hatte. Hammergeil war das. Was ist das? Kommt da jetzt noch was? Oh oh. Ein letzter Boss noch? Stellen wir uns doch... Nein! Das ist der wahrhaftige letzte Bosskampf. Und der erfüllt in einem Abspann statt. Wie scheiße ist das denn? Und ich bin gerade gestorben. Das ist mies. Kann ich den überhaupt töten? Nein, ich hab's nicht mit diesem Schieß- und Weiche hauptsächlich aus. Mag ich gar nicht. Okay, aber es bringt schon, was ich sehe, dass die Punkteanzahl steigt. Ich werde nur ab und zu mal ans Gras beißen. Was ist das jetzt? Und ich habe ihn in zwei Hälften zersägt. Wie brutal ist das denn? Presented by. Ja, leider keine Ahnung von wem. Uah! Okay, das war also Mamaru, Maizan, von Nemegi. Eigentlich ist das Ende des Spiels, aber mal gucken. Vielleicht spiele ich noch als kleine Dreingabe die besten Spiele. Also die besten Minispielen in dieser Collection. Also die meiner Meinung nach besten. Also, wir sehen uns. Nein, das sind drum müsst ihr euch jetzt nicht doch mal ranziehen.